Hallo, du musst dein Haus überprüfen, fang sofort an. Erstmal umziehen. Noch alles einpacken und los. So, jetzt geht's los. Was ist denn hier passiert? Erstmal löschen. Geht's Ihnen gut? Gut. Was ist passiert? Ein Mann hat mich abgeknallt. Erstmal alles aufräumen und alles zusammenbauen. Wir müssen gucken, ob das Auto noch funktioniert. Aber es scheint noch alles gut zu sein. Gut. Los geht's. Was für das denn? Sieht aus wie eine Art Kralle. Die nehmen wir mal mit. Dann geht's los. Mist, der lebt noch. Dann machen wir das wenigstens. Ende. Ende.